Und damit Servus und herzlich Willkommen hier bei Chromie.de und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Und zwar gab es die Nacht einen kleinen Beta-Bild, da ist nicht viel, eigentlich die Änderungen, die auf den PTR schon gekommen sind, aber drei coole Sachen, die ich euch mitteilen möchte, und zwar Beta-Einladungen, die jetzt starten, 70er-Premate-Charaktere und gewisse Sachen zum Testen. Fangen wir mal an, 70er-Premate-Charaktere. Blizzard hat jetzt einen dritten, einen weiteren Server hinzugefügt für die Dragonflight-Beta. Vor ein paar Tagen haben wir ja schon darüber berichtet, haben den Screenshot gezeichnet, dass dort noch ein weiterer Server kommen soll, und dieser ist so da. Dieser ist auch vorzugsweise nur für Endgame-Inhalte, dort könnt ihr euch direkt einen 70er-Charakter machen. Das heißt, wenn ihr einloggt in die Beta, seid ihr wahrscheinlich auf dem Realm, wo ihr vorher wart. Ansonsten müsst ihr dann jetzt auf den Server Wall Dragon gehen, und dort, keine Sorge, wundert euch nicht, dass ihr hier unten nicht den Button habt für irgendwelche Charakter-Auswahl, irgendwie 70er-Charakter erstellen. Ihr stellt euch einfach einen neuen Charakter, und der wird dann automatisch Level 70. Dieser Server ist dann hier dafür gedacht, Endgame-Inhalte zu testen. Vorzugsweise wird da jetzt bald halt der Raid geöffnet, eventuell ein paar Bosse geöffnet, R-Plus-Season oder halt PvP im Generellen. Momentan haben wir hier aber nur PvP, und zwar gewertetes Einzel. Also das, was wir jetzt schon vom Shadowlands kennen, von der letzten Patch kennen, was bis jetzt nur als Raufwafferei war, dieses gemischte Einzel, kann jetzt getestet werden auf diesem Server hier, und zwar mit Rating. Denn das gemischte Einzel kommt mit Rating, ihr könnt euch einzeln für geratete PvP-Inhalte jetzt anmelden. Oder das kommt, beziehungsweise halt mit Dragonflight, mit der neuen Erweiterung. Und dafür ist dann eben hier, oder das könnt ihr dann jetzt hier machen, bislang auf diesem Server. Oder natürlich generell auf Level 70 alles testen, ihr könnt rübergehen auf die Dracheninsel und so weiter. Außerdem sind natürlich auch wieder die Berufsverkäufer hier. Ihr könnt euch dann in Orgrimma Sachen kaufen und die Berufe testen. Kommen wir zum nächsten, das UI. Das UI, was wir hier schon gezeigt haben gestern, ist jetzt auch implementiert worden. Sprich, ihr könnt euch jetzt hier, ja, das reinziehen, wie es jetzt aussieht, und dazu Feedback geben. Kommen wir zu den Dragonflight-Beta-Giveaways. Und zwar seit heute, also mit dem Start, den 15. können größere Content-Creator oder News-Seiten euch Beta-Anmeldungen vergivewäen. Denkt dran, es gibt keine Keys. Fallt bitte nicht auf irgendwelchen Phishing-Mail oder sonstigen Content-Creator, kleinere Reihen, die irgendwie versuchen, an eure Account-Daten zu kommen oder sonst was. Wirklich achtet darauf, relativ größere Content-Creator und seriöse Seiten können euch, ja, Beta-Einladungen verschaffen. Wir selbst sind nicht dabei, wir sind da nicht groß genug, haben sind nicht mit der ersten Welle drin. Kann sein, dass wir in den nächsten Wochen euch Beta-Anmelden geben können. Wowhead wissen wir definitiv, die haben ab heute Beta-Anmeldungen für euch durch irgendwelche Giveaways, ich weiß noch nicht welche, und natürlich gewisse Content-Creator. Namen haben wir auch noch keine, da es ganz heute startet. Wir werden auf chromium.de auf eine News-Seite aber eine News schreiben, wo wir die Content-Creator für euch zusammenfassen, wo ihr Beta-Einladungen bekommen könnt. Ansonsten bitte, wie gesagt, nochmal, fallt nicht auf irgendwelchen Phishing rein. Es gibt nicht viele, die die Beta-Keys raushauen können. Ja, also da bitte, wie gesagt, vorsichtig, ganz wichtig. Ansonsten war es das kleines minimales Update von der Beta, einfach nur, dass ihr Bescheid wisst, dass das Ganze jetzt losgeht. Ansonsten danke fürs Schauen des Videos, Daumen nach oben, Abo nicht vergessen, vielleicht sehen wir uns dann beim nächsten Video oder live auf twitchchromi.de. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Servus und Ade. Ich wünsche euch einen Tag, Servus und Ade.